Ja, jetzt kommen wir zum Teil 3 der 10 Glaubenssätze, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass unsere Kunden entweder ein 6-stelliges Umsatzlevel oder gar ein 7-stelliges Umsatzlevel erreichen. Ich habe in den ersten zwei Videos die Zusammenhänge erklärt, warum das entscheidend ist und möchte dich bitten, wenn du die nicht angesehen hast, schau die bitte zuerst an. Okay, so, dann ist es spannend, da einfach in der richtigen Reihenfolge die Videos anzugucken. So, jetzt erkläre ich dir den Glaubenssatz Nummer 7. Ich lerne aus Rückschlägen, bis ich mein Ziel vollständig erreicht habe. Es sind auch wiederum zwei ganz wichtige Informationen enthalten in diesem Glaubenssatz und du merkst, wenn du das verinnerlicht hast, diese Glaubenssätze, das hat eine enorme Kraft. Also, erster Teil, ich lerne aus Rückschlägen, so lange, bis ich mein Ziel vollständig erreicht habe. Was heißt das? Es ist völlig normal, wenn du ein großes Ziel anstrebst, da wird nicht alles glatt laufen. Du machst vielleicht einen Plan, manches davon klappt wunderbar, andere Dinge klappen nicht wunderbar. Du musst möglicherweise dazulernen, du musst vielleicht den Plan justieren. Du scheiterst vielleicht sogar mit einem bestimmten Anlauf, musst dann daraus lernen und eine Umgehungsstraße machen oder einen neuen Weg legen, so lange eben, bis du beim Ziel ankommst. Das bedeutet, dass ein Rückschlag nicht eine Katastrophe ist, wie das die meisten Menschen sehen, sondern ein notwendiger Lernprozess. Jawohl. Es ist, also, wenn du da nicht gleich durchkommst, kann das ja sehr, sehr wichtig sein. Du gewinnst möglicherweise ganz wesentliche Informationen und weil du dauernd dazulernst und eine positive Einstellung gegenüber Rückschlägen hast, wirst du schlussendlich dich so weiterentwickeln, dass du schlussendlich dein Ziel eben auch erreichst. So, und der zweite Teil in diesem Satz ist auch sehr wichtig. Bist du dein Ziel vollständig erreicht hast? Die meisten Leute machen das eben falsch. Sie hören in der Mitte auf. Sie geben sich mit 70% zufrieden, mit 50%, vielleicht mit 80%. Aber sie gehen nicht bis 100%. Warum eigentlich? Welche Verschwendung? Ich meine, wenn du ein Ziel definiert hast und du hast es überlegt, dann willst du das vollständig erreichen. Das ist auch eine Einstellungssache. Du solltest sowieso einen Glaubenssatz haben, wenn du ein Ziel definierst, dass du das vollständig erreichst. Und dieser Satz geht in diese Richtung. Also, ich lerne aus Rückschlägen, bis ich mein Ziel vollständig erreicht habe. Nummer 8. Ich bin der beste Experte für meine Zielgruppe. Also, wenn du eine Expertenpositionierung hast, dann ist das natürlich ein Mast, diesen Glaubenssatz zu haben und dich dahin zu entwickeln. Also, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Also, du bist schon der beste Experte für deine Zielgruppe. Also, du musst glauben, dass du der beste Experte für deine spezifische Zielgruppe bist. Ja, du nimmst dir ja eine Nische, wo du der König bist. Wenn du Positionierung richtig verstehst und richtig anwendest, ja, dann ist das genau der Schlüssel zum Erfolg. Bei deiner Zielgruppe, da bist du der König. So, und das hast du im Griff. Du kannst dich auf diese konzentrieren. Also, kannst du auch den Glaubenssatz haben, ich bin der beste Experte für meine Zielgruppe. Du kannst auch sagen, wenn du zum Beispiel Coach bist, ich bin der beste Coach für meine Zielgruppe. Oder wenn du Consultant bist oder Berater, dann kannst du sagen, ich bin der beste Berater für meine Zielgruppe. Und, also, dieser Glaubenssatz ist elementar. Das hat auch sozusagen diesen Exzellenzanspruch. Du möchtest ja deinen Kunden helfen. Du möchtest ja, ja, halt einfach auch besonders gut sein. Und, ja, deswegen finde ich, ist das ganz elementar. So, jetzt haben wir die Nummer 9. Ich denke, fühle und handle wie ein Gewinner, also bin ich ein Gewinner. Klingt logisch, oder? Ich denke, fühle und handle wie ein Gewinner, also bin ich ein Gewinner. Was bedeutet das? Da gibt es auch den Ausspruch, fake it until you make it. Also, nochmal, wenn du jetzt zum Beispiel ein siebenstelliges Level erreichen möchtest, dann Umsatz, und du bist innerlich aber vom Bewusstsein her auf 30.000 im Jahr, ja, dann ist ja ganz klar, dass da eine Riesendiskrepanz ist. Jetzt musst du dich erst schrittweise als jemand fühlen, also denken, fühlen und handeln, wie so ein Mensch, der überhaupt diese Ergebnisse erzielen kann. Und dann klappt das auch im Außen. Darum geht es. Fake it until you make it. Erst musst du das innerlich sozusagen in Besitz nehmen, bevor du das äußerlich realisieren kannst. Ja, das ist Glaubenssatz Nummer 9. Und ja, jetzt kommt zum Abschluss natürlich nochmal nicht der Zehnte, aber den verrate ich nicht, wie er genau heißt. Aber natürlich damit zu tun, im Buch von Napoleon Hill ist eines der wichtigsten Erfolgskriterien beschrieben, nämlich schnelle Entscheide zu fällen. Also, wenn du absichtlich alles torpedieren willst, ja, dann hör dir, schau dir so viele Videos an, wie du willst, ja, und dann setzt du nichts um. Er triffst keinen Entscheid und wenn du einen getroffen hast, zweifelst du sofort nach dem Entscheid gleich wieder dran, solange bis alles zerredet ist und du nie sozusagen zum Erfolg kommst. Napoleon Hill sagt, dass das vielleicht der wichtigste Grund ist, warum Menschen scheitern am Ende. Das heißt, wenn du dein Ziel erreichen möchtest, dann musst du, musst du in der Lage sein, schnelle Entscheide zu treffen und die auch hundertprozentig umzusetzen. Also, wenn dir das jetzt gefällt, ja, wenn das Resonanz bei dir auslöst, was ich dir jetzt sage und erzählt habe und du merkst, das ist alles sehr durchdacht, was meine Kunden lernen und es ist dadurch auch kein Zufall, dass sie sich so erfolgreich entwickeln, sondern fast schon logisch und wenn du da, wenn dich das interessiert, dann handele jetzt, treffe jetzt einen Entscheid. Unterhalb von dem Video findest du mehrere Möglichkeiten, wie du in Interaktion treten kannst mit mir und meinem Team. Variante Nummer 1, du schaust dir ein kostenloses Online-Training an, wo dieses, was ich dir jetzt erzählt habe, noch viel, viel, viel weiter vertieft wird. Möglichkeit Nummer 2, du meldest dich für ein kostenfreies Beratungsgespräch für dein Business an. Wo du absolute Klarheit gewinnst, ja, wie du dein Ziel erreichen kannst, das du schon lange vermutlich ersehnst. Oder du meldest dich für eine, für meine kostenfreie Facebook-Gruppe an, wo ich auch regelmäßige Live-Trainings gebe. So, einen Entscheid musst du treffen, denn ich möchte, dass du ein Gewinner wirst. Ich freue mich auf dich.